Mein Name ist Sandra Allmann, ich bin 31 Jahre alt und komme aus dem schönen Michelstadt. Von Beruf bin ich Geschäftsführerin. Für den Odenwaldkreis kandidiere ich auf Listenplatz 29 und in meiner Heimatstadt Michelstadt trete ich auf Listenplatz 1 der Stadtverordnetenversammlung an. Gleichzeitig kandidiere ich als Bürgermeisterkandidatin hier in Michelstadt. Der Odenwald ist meine Heimat. Hier bin ich geboren, hier bin ich aufgewachsen und ich bin hier familiär verwurzelt. Deshalb möchte ich die Odenwälder-Themen mitgestalten und den Odenwald zukunftsfähig und modern machen. Ich bitte Sie daher um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme, denn junge Kandidaten braucht der Odenwaldkreis. Deshalb am 14. März CDU. Also kann ich den Odenwaldkreis geben, Vielen Dank.